Und schon wieder zurück bei Dämonikon und es ist an der Zeit, uns durch das dämonisch verseuchte Wahrung zu prügeln, nehme ich mal an. Also ich gehe mal davon aus, es läuft auf Prügeln hinaus und wir gehen einfach mal raus und beschützen. Ah, da fängt es schon an. Beschützen, wieso denn direkt vor der Tür? Was ist denn mit ihm? Oh, da ist ein Nekromant. Wieso kann ich die dämonische Aura? Ach, verdammt, die braucht mehr. Ja, okay, alles klar, alles klar. Dann machen wir es mal so. Ich glaube, wir müssen den Nekromanten hier zuerst besiegen, sonst holt er immer wieder neue Untote. So, und die Untoten selber sind nicht so schwer. Die sind langsam, träge und schnell kaputt. Es sind also quasi die Beamten der Dämonen. Blutige, abgeschlagene Hand. Ich glaube, das ist dämonisch, aber ich nehme es mit. Was hast du gefunden? Eine abgeschlagene Hand. Ein Rest vom Sturm auf das Zeughaus. Abgeschlagene Körperteile als Opfergabe für die Anrufung eines Dämons. Für eine Untotenbeschwörung käme eigentlich nur Tagunitod in Frage. Die Erzdämonin der Untoten. Die dunkle Mutter. Hört auf, alle beide. Wer solche Namen nennt, der spielt mit seinem Seelenheil. Als ob du dich damit je zurückgehalten hättest. Das ist etwas anderes, Kalandra. Das verstehst du nicht. Glaub bloß nicht, du kannst mich ewig damit abspeisen. Lass du uns weitergehen. Wir haben noch nicht alle Nekromanten erwischt. Eins von drei Nekromanten getötet. Ja, was haben wir denn da? Ich bin der Unterholscher. Bitte was? Das Holz der Brücke ist mit Blut durchdrängt. Wie ein Schwamm. Und unten muss einem das Blut bis über die Knöchel reichen. Ein Massaker. Ja, und überall diese Ratten mit den roten Augen. Das sagt auch sein Übriges dazu. Das Gesicht der Frau ist in unendlichen Schmerzen verzerrt. Ihre Glieder sind gebrochen und sie ist ausgeweitet worden wie ein Schwein. Nicht einmal ein ausgehungerter Zombie hätte so etwas von alleine getan. Irgendwelche Nekromanten müssen den Befehl gegeben haben. Aber warum? Ich muss gestehen. Ich bin ein bisschen entsetzt. Ein bisschen. Und da geht schon direkt weiter. Sehr gut. Wo ist der Nekromant? Da hinten ist er. Ich renne direkt mal hin. Die Zombies kommen mir sowieso nicht hinterher. Ja, 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 ja. Ist klar. Hm, passt schon. So, mein guter Freund. Hier, guck mal. Extra für dich. Ich mache ja auch einen Wuchtschlag. Zack. Und dann machen wir noch einen Wuchtschlag raus. Zack. Und dann bist du auch schon tot. Siehst du, wie schnell das geht? Don't mess with the Chiron. Bernstein, eine Dukate. Eine Dukate. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Du hast etwas gefunden. Einen Bernstein. Den heiligen Stein des Sonnengottes Prajos. Genauso einer wurde vor kurzem gestohlen. Der Fall kam nie zur Anzeige, weil der Bestohlene Angst hatte. Du hast dich wirklich gründlich in Wahrung umgeschaut, was? Lag Harats. Eindeutig der Herr der Rache. Nur ihm würde man einen Bernstein opfern, um sich die Beschwörung zu erleichtern. Der Widersacher des Sonnengottes Prajos? Was soll ausgerechnet der mit einer Untotenbeschwörung zu tun haben? Vielleicht erklärt das, wieso sie bei Tag angegriffen haben und nicht zu Staub zerfallen sind. Tja, dieses lichtscheue Gesindel. Seid nicht albern. Das alles passt nicht zusammen. Wir müssen den Drahtzieher finden, wenn wir mehr wissen wollen. Wenn Blakaratz im Spiel ist, will sich jemand rächen. Wenn er aber gleichzeitig ausgerechnet Untote ruft, will er von etwas anderem ablenken. Etwas Größerem. Vater, dann ist er bestimmt ein Borbaradianer. Bei denen ist alles anders, als es scheint. Das findest du lustig, ja? Das findest du lustig, du einfältiger Trottel! Komm, Vater. Beruhige dich. Wir müssen weiter. Wenn wir ihn finden und er ist wirklich ein Borbaradianer, darfst du den letzten Schlag führen. Ihr seid Narren, Kinder. Glückliche Narren. Naja. Hallo, Ratten. Na, wie geht's euch? Ihr scheint hier immer glücklich zu sein. Die Ratten sind die einzigen wirklich toleranten Lebewesen hier in dieser ganzen Stadt. Denen ist nämlich egal, wer herrscht. Die sind immer glücklich. So. Schlösserknacken 2. Ja, danke auch. Wobei, ich könnte ja mal wieder ein paar Punkte verteilen. Nee, ich hab ja wieder 1000... Uhuhuhu. 1336 haben wir jetzt. Noch einen Punkt mehr und wir werden Lead. Das erkennt wahrscheinlich auch wieder keiner mehr. Hier, wie gesagt, ich hab hier Charisma auf 14 und dann haben wir hier... Das ist ja gemerkt, das bringt durchaus was, wenn wir hier die Punkte verteilen. So. Andererseits würde ich auch auf Körperkraft nochmal gehen. Wie viele? 328. Körperkraft würde ich gerne mindestens auf 14 haben. Ist das so? Mut, Ausdauerbonus und Gabenkontrolle. Hm. Machen wir Mut auf 12. So, und den Rest spare ich mir jetzt erstmal wieder. Übernehmen. Und ich hab jetzt Schlösserknacken nicht hochgemacht. Aber gut, ich arbeite hier in dem Spiel auch nicht unbedingt mit Schlösserknacken. Da sind mit Sicherheit schöne Sachen drin, aber man muss sie auch nicht haben. Noch eine Barrikade. Ein Beschwörer muss noch am Leben sein. Ja, es hieß ja auch drei Beschwörer. Die Frage ist nur... Oh, guck mal da. Guck mal da. Wo ist er? Komm, ich lauf erstmal zum Beschwörer hin. Der ist mit Sicherheit da hinten irgendwo. Hui. Und vorbei. Ihr seid zu langsam. Ihr seid zu langsam. Ihr seid zu langsam. Oh, du bist nicht zu langsam. Lass mich durch. Oh, hier haben wir ein Skelett aufgehängt. Heiliger. Wo ist er denn? Ja, vorn und zu. Ach, da. Ich tue mit... Ja, das habe ich mir doch gedacht. So, mein Freund. Das war das schnelle Ende eines Nekromanten. Äh, ach komm, wir holen die Dämonische Aura mal hervor. Ich meine, es nützt jetzt eigentlich gar nichts mehr, aber... Es hieß ja, ich solle die Dämonischen Kräfte, die wir haben, öfter im Kampf benutzen, weil wir dann auch deutlich mehr Punkte bekommen, um die Dämonischen Kräfte aufzuwerten. Sprich! Da ist das Richtschwert, das verloren gegangen ist. Und das von der Garde gesucht wurde. Da ist es. Was zur Niederhölle ist hier passiert? Ein Nekromant weniger, ein Dämonenopfer mehr. Ein Richtschwert mit einem Löwenwappen darauf. Eine Rondrianerwaffe als Opfer für eine Untotenbeschwörung? Merkwürdig. Der dämonische Widersacher der Kriegsgöttin hat doch gar nichts mit Wiedergängern zu tun. Richtig. Die Beschwörung muss an einen anderen Dämon gerichtet gewesen sein, als an die Erzdämonin Targunitod. Die Untoten wurden unabhängig von dieser Beschwörung gerufen. Neben Rondras Erzfeind Belhalhar käme aber auch der Herr der Rache, Blakaratz, in Frage. Dem werden öfters Richtschwerter geopfert. Wie kommt es eigentlich, dass du so viel über Dämonen weißt? Das lernt man mit den Jahren. Mhm. Wer es glaubt? Kairon, wolltest du nicht vorangehen? Bis zum Prajos-Tempel ist es noch ein Stück. Ja, wollte ich tatsächlich. Ähm, hm. Woher weiß er eigentlich so viel über Dämonen? Er sieht auch ein bisschen dämonisch aus, wenn wir das mal so genau, ne? Also irgendwas mit Dämonen muss ja in der Familie liegen, denn sonst hätten wir nicht diese Kräfte. Und diese dämonische Aura. Die ist alles andere als gut. Und ich wollte das nochmal bestätigen. Puh, Dämonikon ist, äh, glaube ich im Augenblick das einzige, das einzige DSA-Spiel, das ich kenne, das so eine extrem düstere und grauenhafte Szenerie beschreibt. Jemand hat ihm, ihr, wer auch immer es war, das Fleisch von den Knochen gerissen und seine Knochen aufgehängt wie ein Ausstellungsstück. Pervers. Ja, genau das meine ich nämlich. Das ist extrem düster. Das bin ich von DSA-Spielen normalerweise nicht so gewohnt. Guck mal, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Einen gewissen Herrn Falk von Arivor. Falk, wer hätte gedacht, dass es euch ausgerechnet hierher verschlägt? Scharfzüngig wie eh und je. Wenigstens auf diese Weise kann man euch von den Untoten unterscheiden. Bauchgefühl sagt, hm, aber wir haben keine Beweise gegen ihn. Wir würden das Bürgerrecht aufs Spiel setzen, wir würden selber zu Ausgestoßenen und Verachteten werden, solange wir nicht... Wobei, die Frage, wenn ich das sage, kämpft er dann? Aber wir sollten uns ein bisschen zurückhalten. Falk, seid ihr hier, um zu helfen? Die Untoten haben sich nicht spontan erhoben. Jemand hat sie gerufen. Wir sind diesem Mann bis hierher gefolgt. Der Anführer der Untotenbeschwörer ist in den Prajus-Tempel geflohen. Er sitzt in der Falle. Das Haus des Sonnengottes wurde entweiht. Der Gott der Fürsten wird die Niedersten nicht schützen. Wenigstens das wissen wir jetzt. Und wir wissen, wohin die Seele dieses Nekromanten fahren wird, wenn wir mit dem fertig sind. Nein, Falk vertraue ich nicht. Falk vertraue ich nicht. Der wird irgendeinen Pack mit dem schließen. Ich töte ihn. Verteidig die Flüchtlinge. Ich gehe rein. Ihr wart sehr tapfer. In Rondras Namen lasse ich euch den Vortritt. Oder was? Fürchtet ihr plötzlich um eure sauberen Finger? Nein, werter Chiron. Einmal im Leben sollt auch ihr die Gelegenheit haben, euch auszuzeichnen. Vielleicht hört ja eine reiche Bürgerstochter von eurem Mut. Eine geschickt arrangierte Heirat mit so einem kleinen Flittchen könnte auch euch das Bürgerrecht verschaffen. Ich glaube, hier kommt es doch gleich noch zum Kampf. Du gehst zu den Huren! Hast du ein Glück, dass Kalandra hier ist? Wir treffen uns schon nochmal. Oh, episch. Das ist wow. Wow. Noch nicht, mein Freund. Noch nicht. Guck mal, es sind wie der Wühlschrater unterwegs. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Es sind wie der Wühlschrater unterwegs. Jetzt hat er sein Schild angeworfen. Das ist fies. Ich hasse es, wenn Gegner Schilder haben. Das ist ziemlich unfair. Oh, das Schild ist weg. Wow. Moment, er ist einfach abgehauen? Das wird man doch jetzt uns zur Last legen. Kairon, warum hast du nicht umgebracht? Das Auge des Beschwörers, Opferherz, glühender Splitter. Nach der Flucht des Schurken blieben viele Fragen offen. Wer war der Beschwörer? Was wollte er erreichen? Warum hatte Falk, ein ranghoher Rondrianer, ausgerechnet Kairon den Vortritt im Kampf gegen den Beschwörer gelassen? Anstatt einer Antwort befahl Falk den Rondrianern, das Flüchtlingslager abzuriegeln und darin mit allen Mitteln nach dem Beschwörer zu suchen. Seine Braut Kalandra und ihre Familie quartierte er im alten Pranger ein, dem besten Gasthaus am Platz. Zumindest jetzt, da die Hochzeit näher rückte, schien er sich auf Kalandras Wohlergehen zu besinnen. Ich glaube, Falk und seine, in Anführungszeichen, Mutter sind immer noch nur hinterher, hinter diesen dämonischen Kräften. Hör auf zu lauschen, Kairon. Was im Nebenzimmer gesprochen wird, geht dich nichts an. Falk spricht mit seiner Mutter, plant wahrscheinlich sein nächstes Verbrechen, der Bastard. Hör auf! Wir haben verstanden, dass du sie nicht leiden kannst. Nicht mal du magst die beiden, Vater. Wir konnten doch sehen, wie du Falks Mutter angestarrt hast. Du gewöhnst dich besser an die beiden. Das werde ich nicht tun, Vater. Wir haben das Bürgerrecht. Wir brauchen sie nicht mehr. Du wirst Falk heiraten und mit ihm ziehen, sobald er von seiner Kirche versetzt wird. Ich gehe, wohin ich will. Und ich heirate, wen ich liebe. Halt den Mund, Kalandra. Du weißt ja nicht mal, wovon du sprichst. So redest du nie wieder mit uns. Sonst sitzt du morgen früh alleine auf deinem verfluchten Bürgerrecht. Du bist ein rebellischer Idiot, Kairon. Hör auf, deine Schwester aufzuhetzen. Vater? Ich liebe Kairon. Du weißt nicht, was du da sagst. Okay, alles klar. Es ist natürlich unsere Sache. Ja, als Schwester, natürlich. Das ist ganz klar. Als Familie liebt man sich gegenseitig. Man verzeihe mir, wenn ich das jetzt einfach mal mache. Und ich liebe sie. Kinder, ihr rennt in euer Unglück. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich dachte, vielleicht möchte mir die kleine Kalandra ein paar Ratschläge geben, wie wir die Hochzeit besonders geschmackvoll gestalten können. Der alte Rondra-Tempel ist so ein schmuckloses Gemäuer. Und es wäre doch schade, wenn unsere Geschmäcker allzu verschieden sein sollten. Gewiss. Sie wird mit euch kommen. Vater! Mein lieber Kairon. Es ist wirklich rührend, wie sehr du dich um dein Schwesterchen sorgst. Aber auch ich glaube, sie sollte für sich selbst entscheiden, nicht wahr, Dian Baladein? Ich komme mit. Na, hervorragend. Wir werden dann fest ausrichten, wie es Wahrung noch nicht gesehen hat. Komm mit. Und der besorgte Herr Bruder kann später natürlich gerne nachkommen zum Tempel. Gehabt euch wohl, meine Herren. Die hat irgendeinen Zauber angewandt. Das hat man gemerkt. Kalandra ist nicht freiwillig mit Falks Mutter gegangen. Sie ist verzaubert worden. Das war ein Ban Baladin. Ein harmloser Elfenzauber. Wahrscheinlich hat Falks Mutter versucht, die Situation zu entspannen. Mhm. Und gerade weil der Ban Baladin so harmlos ist, ist er verdächtig. Sie muss diesen Zauber sehr, sehr gut beherrschen, um jemanden zu beruhigen, der so zornig ist wie Kalandra. Hast du ihre spitzen Ohren bemerkt? Wenn sie eine Elfe ist, wie kann sie dann Falks Mutter sein? Er ist kein Halbelf. Vielleicht ist sie nur seine Ziehmutter. Das gibt es öfter, als man denkt. Du willst es einfach nicht begreifen. Das Kalandra ausgerechnet im alten Rondra-Tempel heiraten soll. Die Warunker sagen, dieser Ort war ein nekromantisches Hurenhaus. Es geht Falk um die Giste. Das gute Neue besiegt das schlechte Alte. Die Warunker werden ihn dafür lieben. Sennenmeister Jakon wird das nicht schätzen. Es untergräbt seine Autorität. Doch er ist nicht in Wahrung. So kann Falk gehorsam von allen Rondrianern einfordern. Auch von denen, die weniger nachsichtig sind. Während Falk seine Hochzeit vorbereitet, durchkämmen die Rondrianer das Flüchtlingslager. Sie suchen den Beschwörer. Wenn er sich wegteleportiert hat, könnte er jetzt überall sein. Es war ein transversales Zauber. Ungewöhnlich für einen Nekromanten. Du hattest recht. Die Erhebung der Untoten diente wirklich der Ablenkung von etwas Größerem. Von dem, was die Anrufung des Plakarats bewirken sollte. Aber was könnte größer sein, als ein Ansturm von Untoten auf die Weststadt? Es ist jedenfalls merkwürdig, dass Falk nun alle Kräfte der Rondrianer auf das Flüchtlingslager konzentriert. Als wollte er sie von einem anderen Ort fernhalten. Trotz allem ist Falk ein Rondrianer. Was sollte er mit dem Erzdämon der Rache zu tun haben? Ich weiß es nicht. Aber es ist merkwürdig, dass der Beschwörer meinen Namen kannte. Den kann er ja eigentlich nur erfahren haben, wenn er entweder schon vorher im Flüchtlingslager unterwegs war. Obwohl, eigentlich ist es nicht merkwürdig. Seien wir mal ehrlich. Er war doch derjenige, der in der ganzen Stadt bekannt wurde dafür, dass er diesen Kannibalen hat laufen lassen. Also so unwahrscheinlich ist es nicht. Falk ist ein Hurentreiber, ein Verräter und wahrscheinlich noch Schlimmeres. Ich habe uns das Bürgerrecht besorgt. Warum dieses Beharren auf der Hochzeit? Ihr seid Geschwister, Chiron. Aber warum muss es ausgerechnet Falk sein? Ich werde es dir nicht sagen. Ich wünschte, du könntest mir einfach vertrauen. Ja, nee. Also bei allen seinen Verhaltensweisen und bei seinen Worten, die er gefunden hat, tut es mir sehr leid. Aber da ist null Vertrauen gegenüber ihm. Gegen ihn. Ich gehe zum Rondra-Tempel. Ich kann Kalandra nicht mit dieser Frau allein lassen. Wenigstens einer von uns muss zu ihr halten. Genau das nämlich. Flockendes Halbgift, alkoholisches Zielwasser, Schmiede, eiserne Kette. Das ist magisch. Verdorbener Saphir. Oh, oh, oh. Und sechs Dukaten. Wow. Ja, sechs Dukaten. Ich muss mal eine Einkaufstour machen langsam, oder? Kann ich noch was von dir erfahren? Nee, das ist das Gleiche, was wir schon eben gelesen haben. Na gut. Ich gehe. Also, ne, wir haben natürlich, äh, das ist nämlich genau die Situation. Die arme Schwester wird da ständig von, von, von ihrem Vater oder von unserem Vater hier dazu verdammt, den zu heiraten, obwohl sie das wirklich nicht will. Sie will es wirklich nicht. Und sie hat das auch nicht verdient. Höh, was? Ähm. Was geht denn mit dir? Was ist denn hier? Ist das Kreuzerkartell hinter mir her, oder was? Ja, ja. Das wurde ja schon gesagt, dass das Kreuzerkartell eventuell gewisse Animositäten entwickeln könnte, die dazu führen, dass wir das ein oder andere Mal auch auf einer Straße überfallen werden anscheinend. Schön, dass alle zugucken. Ich hab dich gesucht. Ich hab dich gesucht. Gut möglich, dass du der Nächste auf Parells Liste bist. Wir haben dem Kartell ja genug Anlass zur Rache gegeben. Warum geht das Kartell für diesen Magier ein so hohes Risiko ein? Parell konnte es einfach nicht hinnehmen, dass die Garde im Vorteil war. Im Vorteil? Ihr habt Feodor doch nur eingesperrt und sein Wissen nicht genutzt. Aber wir hätten es gekonnt. So wie Parell jetzt. Natürlich hab ich Feodor nicht wie einen Gast behandelt. Aber schließlich ist er auch ein Ketzer. Man kann nicht einfach sagen und tun, was man will. Jeder trägt Verantwortung für seine Taten. So. Da wird er richtig laut, der Kleine. Habt ihr von der Entweihung des Pryos-Tempels gehört? Ja. Und ich hörte, dass du dich gut geschlagen hast, Junge. Schade, dass die Rondrianer den Fall an sich gerissen haben. Es war sehr merkwürdig. Überall gab es Hinweise auf den Herrn der Rache. Vielleicht war dieser ganze Angriff ein Ablenkungsmanöver. Klingt nach dem Kartell. Demen ist alles zuzutrauen. Wieso sollte das Kartell etwas mit der Entweihung des Tempels zu tun haben? Wer immer den Schurken fängt, die Barunker werden ihn feiern. So etwas könnte Parell sehr nutzen, wenn sich das Machtgefüge wieder verschiebt. Ihr meint, wenn wieder Ämter vergeben werden? Ganz schön gerissen, der alte Parell. Schmiedet sich selbst einen Drachen, versenkt ihn im Badangr und zieht dann als Drachentöter nach Xorlosch. Was? Ähm, ich meine, dass ich Parell Ruhm ergaunern will. Ganz einfach, Junge. Und wenn nicht Parell hinter dem Nekromanten steckt, sondern Falk von Arrivor? Nun ja, wenn er den Nekromanten festnimmt, werden die Barunker ihn als Helden feiern. Und er hätte vermutlich Aussicht auf Jakons Position als Oberhaupt der Rondrianer. Immer langsam, Junge. Sennenmeister wird man nicht von heute auf morgen. Da müsste er Jakon schon im Zweikampf erschlagen. Und für so einen Zweikampf bräuchte er einen wirklich guten Grund. Sonst steht ihm am nächsten Tag die halbe Rondra-Kirche im Stollen. Ähm, vor der Tür, meine ich. Mit Schwertern. Du weißt schon, Junge. Doch viele Barunker wären auf seiner Seite. Er könnte über die Rondrianer hier befehlen und die Stadtmauern würden ihn schützen. Im Moment sind sie jedenfalls in der Weststadt unterwegs. Vielleicht finden sie den Wutschen, ja. Und wenn nicht, finden wir ihn. Wir haben ja jetzt freie Bahn, wo die Rondrianer weg sind. Ich gehe jetzt zum alten Rondra-Tempel. Ich wollte dort meine Schwester abholen. Gut, Junge. Pass auf dich auf. Mhm. Neu besohlte Stiefel. Aha. Und nochmal eine Dukate. Ja, er hat die Rondrianer abgezogen. Und ich denke, da muss ich den... Ja, das ist Chiron. Siehst du, selbst die Händler hier kennen mich. Ist also nicht so unwahrscheinlich, dass auch der Nekromant irgendwann mal von uns gehört hat. Aber es ist halt... Ja... Also... Kurios, dass... Wir wissen, der steckt irgendwie mit denen unter einer Decke. Also der Falk von Arivor hat irgendwas zu schaffen mit den Nekromanten. Allein schon durch seine komische Mutter. Meine Tochter ist nur noch Haut und Knochen. Wer mit Dämonen bündelt oder Austausch fliegt, der brennt. Sag an, wie viele Unholde hast du mit meinem Eisen schon erschlagen? Es waren leider nicht so viele. Falschen benötigter Rang 1. Guck mal hier. Ich wollte ja mal gucken. Improvisierter Streitkolben. Ja, toll. Den könnte ich eigentlich verkaufen, oder? Hier, Klingenwaffen. Solides Langpferd. Äh, das hier ist auch... Ne, Hiebwaffenverbesser... Eine Verbesserung? Brüchiger Meißel. Klingenwaffenverbesserung. Fügt jedem Gift noch... Aha. Giftstachel. Hm. Ja, der hat das solide Langschwert. Das ist aber auch nicht besser als das einfache Langschwert, oder? Äh, 3 Schaden. Angriffsgeschwindigkeit. Essenzraub. Kritische Trefferchance. Okay, Mut plus 1. Ja. Schön, aber... Hm. Naja. Naja. Was soll man dazu sagen? Oh! Oh, guck mal. Silber. Silberne Rüstungen. Für 46 Dukaten. Wir haben... Wir haben durchaus einiges an Dukaten, was wir angesammelt haben. Ich glaube, das werde ich mal ganz in Ruhe. Da werde ich mal den Verkauf und den Ankauf hier tätigen. So zwischen den Folgen. Ja, warum... Das hat mich einfach so geärgert, dass der... Dass der Vater da immer die ganze Zeit nur am Schimpfen war. Am beleidigen seine Kinder. Und die ganze Zeit am Runtermachen. Das ist jetzt gutes Deutsch, was ich hier spreche. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass diese Fixierung von Kalandra auf Chiron, dass das vielleicht einfach nur mangelt jeglicher Alternativen ist. Sie steht vor der Wahl, dass sie diesen Falk von Arivor heiraten muss. Hier ist niemand sonst, der sich irgendwie um sie schert. Und der Einzige, der sich wirklich um sie kümmert, das ist Chiron. Und da kann man schon mal... Ja, da kann sowas schon mal passieren. Und deswegen... Ich habe das Gefühl, wenn wir da jetzt komplett dicht machen, dann lassen wir sie auch im Stich. Und dann wird die letzte Person, die glaube ich in ihren Augen noch irgendwie... Freundschaftliche oder liebevolle Gefühle für sie hat, auf welche Art auch immer, lässt sie dann auch im Stich. Und das möchte ich ja eigentlich nicht antun. Und deswegen ist es glaube ich richtig, wenn wir sagen, ja, der Chiron liebt sie mit Sicherheit auch. Als Schwester, als Familienmitglied. Vielleicht nicht unbedingt so... Man weiß es ja nicht. Vielleicht liebt er sie ja auch so. Ich will da nicht mit reinreden. Also ich bin da außen vor. Ich gucke ihm nur über die Schulter. Aber ich wollte da jetzt nicht irgendwie blockieren oder sagen, nein, das ist alles abstrus. Weil dann ist glaube ich alles für sie weg, was irgendwie Halt geben könnte. Und den Halt würde ich ihr schon gerne geben. Weil das, was da passiert, das hat sie einfach nicht verdient. In der kurzen Zeit, in der wir sie kennengelernt haben, haben wir ja schon rausgefunden, dass sie eigentlich ein sehr guter Mensch ist. Dass sie sich um die Flüchtlinge kümmert. Dass ihr wichtig ist, dass gute Dinge passieren. Und das, ja, wie gesagt, das wollte ich nur mal ganz kurz erklären, wie das zu der Entscheidung gekommen ist. Und wie es wahrscheinlich auch zu zukünftigen Entscheidungen kommen wird. Wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich gehe jetzt einkaufen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.